Die Overwatch Open Beta ist am Dienstag nach knapp über einer Woche zu Ende gegangen und hat einen extrem polierten und fertigen Eindruck hinterlassen. So wie man es von Blizzard gewohnt ist, nimmt sich der Entwickler einfach immer ausreichend Zeit für das Fertigstellen seiner Spiele und achtet dabei auf ein hervorragendes Balancing. Ich habe wirklich nur extrem selten mal einen Glitch erlebt, wie zum Beispiel als ich einmal als Tracer unter den Payload teleportiert wurde und dort dann festsaß. Auch die Server sind sehr stabil gelaufen, es kam wirklich äußerst selten nur zu Lags und das obwohl Blizzard mit 9,7 Millionen Spielern weltweit die bisher größte offene Beta aller Zeiten abgehalten hat. Und das ist bei einem solchen skillbasierten kompetitiven Teamshooter das A und O. Das einzige was mir wirklich öfters passiert ist, war die Situation, dass man nur noch einen Spieler benötigt hat, um die Runde zu beginnen und das Spiel auch noch nach 5 Minuten am Suchen war. Das kann eigentlich überhaupt nicht sein, weil ja wohl mit 10 Millionen Spielern mehr wie genug da wären. Dieses Problem sollte Blizzard aber auch wirklich schnell beheben können. Das Balancing ist auch schon sehr gut gelungen, da wirklich jeder Held seinen Sinn und Zweck im Spiel besitzt und jeder auch von anderen Helden gekontert wird nach dem Steinschere-Papier-Prinzip. Zum Beispiel kann Bastion einen Winston extrem schnell erledigen, doch gegen Winston kann man mit Genji und seiner Fähigkeit den Geschütztum in Sekundenschnelle zerstören. Gegen Genji wiederum kann sich dann zum Beispiel Mei gut durchsetzen, weil sie ihn einfach einfrieren kann. Bei den Spielmodi sieht es zwar bisher noch sehr überschaubar aus, weil es nur zwei davon während der Beta und auch zu Release geben wird. Einen klassischen King of the Hill Modus und einen, bei dem man den Payload von A nach B eskortieren bzw. dies verhindern muss. Es wird laut Entwickler kein klassisches Team-Deathmatch oder Free-for-All geben, weil man den Fokus auf einen teambasierten, objective orientierten Shooter legt, was ich auch völlig richtig finde. Denn ich habe persönlich lieber ein paar wenige, aber dafür durchdachte Modi als eine Vielzahl von lieblos zusammengeschußerten, wie bei so manch großer Shooter-Serie da draußen. Leider kommt jetzt dennoch ein extrem fettes aber, das dem Spiel letzten Endes im Weg stehen könnte. Denn wer so wie ich überwiegend alleine mit Randoms spielen möchte oder muss, weil er keine Freunde hat, der sollte entweder ein gutes Kreislaufmittel immer griffbereit neben sich haben oder alternativ sich auf das größte gesalzene Flamefest des Jahres einstellen. Denn ich habe ungelogen seit Jahren nicht mehr so viel Wut auf meine Mitspieler gehabt, wie in dieser kurzen Zeit der Beta. Im Vergleich dazu kommt die Call of Duty Community nur wie ein harmloser Kindergeburtstag rüber. Denn entweder waren die Spieler völlig nutzlos in wirklich jeglicher Hinsicht. Was ja noch nicht so das Problem wäre, denn es ist ja zum einen eine offene Beta für jedermann gewesen und da wäre es eher bescheuert zu erwarten, dass man nur mit Vollprofis zusammenspielen würde. Aber wenn die Leute trotz mehrmaligem Aufforderns weder ihren nutzlosen Helden wechseln oder noch besser einfach AFK im Spawnraum stehen bleiben oder wie ein kleiner Trollwichtel noch extra dem Team eine reindrückt, weil er auf Teufel komm raus absichtlich scheiße spielt oder einen 360 Trickshot mit Widowmaker versuchen muss. Und das das gesamte Spiel überwohlgemerkt, obwohl das eigene Team völlig überrannt wird. Ich meine, ich habe auch ab und zu ein wenig Blödsinn ausprobiert, wie zum Beispiel als wir eine Runde lang nur als Torpion als Verteidiger gespielt haben und es witzigerweise sogar so gut funktioniert hat, dass wir auf Anhieb gewonnen haben und ich ohne auch nur irgendwas machen zu müssen eine 15er Killstreak hingelegt habe. Aber wenn man schon am Anfang sehen muss, dass das gesamte Team als Widowmaker spielen will oder sich wirklich einer mal mit dem schwedischen Turmbauer Torpion als Angreifer versuchen muss, dann platzt sogar mir dem Duty Fontanelle. Eine kleine Spoilerwarnung hierbei, das ist wirklich exakt der einzige Held, der im Angriff aber mal sowas von nutzlos ist, dass man auch gleich mit einem Mann weniger antreten kann. Warum ist es aber gerade bei Overwatch so extrem, wenn man scheiß Alice im Team hat? Denn das ist ja heutzutage bei jedem Shooter regelmäßig der Fall. Aber der Unterschied zu denen ist, dass man bei Overwatch vollkommen auf sein Team angewiesen ist und alleine auf sich gestellt beinahe nie sein gesamtes Team zum Sieg führen kann. Natürlich kann man durch extrem guten Skill das ein oder andere mal das Gegner-Team komplett ausradieren. Aber selbst solche Highlights machen niemals wirklich den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage aus. Dies wird auch von den offiziellen Statistiken zur Beta untermauert, die das Verhältnis zwischen Sieg und Niederlage für das jeweilige Team ausgerechnet haben. Als Verteidiger hatte man demnach auf jeder Karte immer eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Blizzard hat aber sofort hinzugefügt, dass dies mit zunehmender Erfahrung und damit auch Skill-Level exakt umgekehrt wird und auf höherem Niveau die Angreifer dann im Vorteil waren laut ihren Daten. Das liegt vor allem daran, dass so Helden wie Bastion oder Torbjorn gegen Noobs beinahe overpowered wirken, aber bei erfahrenen Spielern immer vermieden werden, weil sie recht einfach gekontert werden können. Dazu muss man sich nur mal ein paar E-Sports Matches und die jeweilige Teamzusammensetzung ansehen. Also ich habe da noch nie einen dieser beiden gesehen. Und das habe ich auch gemerkt, als ich als Verteidiger mit diesen beiden Helden gespielt habe. So einfach habe ich sonst in keinem Spiel hohe Killstücks erreicht, ohne auch nur einen Hauf von einem Skill haben zu müssen. Das eigentliche Grundproblem hierbei ist einfach, dass man noch so gut spielen kann, wenn man gegen einen einigermaßen koordiniertes Team mit solchen Lappen spielt, dann kriegst du in einer Tour nur aufs Maul. Aus dem Grund sind auch ständig Leute aus dem Spiel vorzeitig rausgegangen, was dem Team natürlich noch zusätzlich geschadet hat, weil man mit einem Mann weniger extrem benachteiligt wird bei diesem Spiel. Da muss sich Blizzard auf jeden Fall etwas Besseres einfallen lassen, als die schon angekündigten reduzierten XP-Gewinne für derartige Rage-Quitter. Natürlich ist in der Open Beta dies deutlich häufiger der Fall als im späteren Spiel, aber dennoch würde ich vorschlagen, diese Leute dann in einer separaten Playlist zu stecken mit anderen Quittern. So wie man es übrigens meiner Meinung nach immer mit Cheatern machen sollte, ohne die dann aber irgendwie darauf hinzuweisen. Die sollen schön unter sich bleiben und sich gegenseitig auf den Sack gehen dabei. Ich kann zwar trotz all dieser Widrigkeiten behaupten, dass ich ca. 60-70% meiner insgesamt knapp 180 Spiele gewonnen habe und dass nach Release auch eine eigene Playlist eingeführt wird, in der dann Solo-Spieler in einem Rangsystem mit gleichwertigen Spielern in eine Lobby geworfen werden, was dann zumindest die absoluten Newbs und Trolle rausfiltern dürfte. Aber selbst bei einem Sieg habe ich oft ziemlich lustige Diskussionen mit Leuten geführt, die ums Verrecken nicht einsehen wollten, warum es irgendwie von Vorteil wäre, wenn man auch mal einen Support-Helden zum Heilen der Mitspieler im Team hätte. Oder dass der Geschützt von Bastion eigentlich recht simpel zu kontern wäre, wenn man denn halt auch dann den richtigen Helden benutzen würde. Gefährliches Unwissen gepaart mit Ignoranz und mangelndem Skill. Das ist auf jeden Fall eine gefährliche Meistermischung, die sogar diesem Shooter-Highlight über kurz oder lang noch sehr schaden könnte. Ich für meinen Teil hoffe aber doch stark, dass ich mit der separaten Ranglisten-Playlist und einer gewissen Eingewöhnungszeit dieses Problem schnell von selbst lösen würde. Oder ich suche mir halt zur Abwechslung mal ein paar Freunde zum Zocken. Ah ne, Solo-Play for life son!